Namaste und Namaskar ihr da draußen und ganz herzlich willkommen in einer neuen Folge des Meister aller Podcasts. Heute haben wir das Thema Genre-Superheldenfilm, die Chantastischen 4. Und eins kann ich schon mal vorwegnehmen, nein, Marvel verfilmt keine Fantastischen 4 mit Jackie in 4 Hauptrollen, auch nicht in einer Nebenrolle, das ist einfach nur ein Aufmacher, der das ganze Thema heute ein bisschen näher beleuchten soll. Ich gehe aber später noch auf die Chantastischen 4 ein. Ich habe nämlich da ein bisschen was vorbereitet. Ja, ganz herzlich willkommen mal wieder zu einer neuen Ausgabe. Ich weiß noch nicht recht, wo es heute hingeht, aber ich habe mir mal das Thema Superheldenfilm gegriffen und es mag im ersten Moment vielleicht ein bisschen befremdlich wirken, denn Jackie Chan hat mit Superheldenfilmen erstmal nichts zu tun, beziehungsweise sehr, sehr wenig. Wenn man seine Filmografie kennt oder weiß, wofür Jackie bekannt und berühmt ist, dann fällt einem, ja, der Superheldenfilm erstmal nicht ein. Und genau das ist auch der Punkt. Jackie muss eigentlich gar nicht in einem Superheldenfilm mitspielen, denn er ist sein eigener Superheld. Die Superhelden aus Fernost, ja, das sind die Martial-Arts-Kämpfer, die Kung-Fu und Wu-Jah-Helden der Shaw Brothers und von Golden Harvest der 50er, 60er, 70er, 80er und sogar 90er Jahre, würde ich mal behaupten. Aber hier geht es um das heute so, also heutzutage so beliebte Genre des modernen, ich würde fast behaupten westlichen Superheldenfilms. Was ist ein Superheld eigentlich? Tja, das ist jetzt die Frage schlechthin. Seit wann gibt es eigentlich Superhelden? Also ich erinnere mich, als die Tobey Maguire-Trilogie von Spider-Man rauskam um die 2000er rum, da sprach man noch nicht von Superheldenfilmen, sondern von einer Comic-Verfilmung. Comic-Verfilmungen, das war auch die Dark Knight-Reihe oder auch Watchmen war eine Comic-Verfilmung. Aber es entwickelte sich alles in Richtung, wo man nicht mehr nur die Comic-Nerds ansprechen wollte, sondern man wollte das Genre auch ein bisschen breiter aufstellen. Also der klassische Superheldenfilm war halt die Verfilmung eines Comics und die folgte eigentlich immer so dem Schema F. Man kann auch behaupten, dass die Marvel-Filme heute auch immer noch dem Schema F folgen. Ich will hier aber gar keine Diskussion auslösen bezüglich Marvel, DC und so weiter und so fort. Jeder hat da seine Präferenzen. Der eine macht was Gutes, der andere macht was Gutes, ebenso was Schlechtes. Hier soll es generell mal darum gehen, um die Geschichte des Superheldenfilms. Wie hat sich das entwickelt? Die klassische Comic-Verfilmung gibt es meiner Meinung nach heutzutage nicht mehr. Ja, Marvel versucht da zwar jetzt aktuell mit She-Hulk nah an den Comics ranzukommen und baut quasi Elemente ein, die She-Hulk oder Jennifer Watts die vierte Wand durchbrechen lässt. Für viele neue Zuschauer mag das befremdlich wirken, aber es ist ein altes Stilmittel, was nicht nur in den Comics vorkam, sondern ja, was auch Deadpool schon benutzt hat. Tatsächlich in den Comics war es She-Hulk, die es vorher getan hat, aber es wirkt gerade im MCU als frisches neues Element, das ebenfalls aber auch genauso gut verwirren kann. Meiner Meinung nach sollst du das auch genau tun. Deswegen kann man hier von She-Hulk tatsächlich von einer Comic-Verfilmung ausgehen. Aber man erkennt auch hier den krassen Genre-Mix. Also She-Hulk ist jetzt nicht die klassische Comic-Verfilmung, sondern man erlebt hier tatsächlich eine Anwaltsserie mit sehr viel Humor, ein bisschen Dramatik, Beziehungsproblemen und das Thema Comic beziehungsweise Superheld. Das läuft so nebenher mit. Also ohne jetzt viel spoilern zu wollen, wer die Serie noch nicht gesehen hat, ich gehe jetzt gar nicht so sehr darauf ein, aber es ist halt ein aktuelles Beispiel, wie das Genre des Superhelden-Films oder Genre Superheld allgemein sich im Laufe der Zeit gewandelt hat. Man sieht ja heute auch viele, viele Genre-Mixe, dass das Thema Superhelden auch schon in den Animationsfilmen angekommen ist, wo die ganz Kleinen abholen soll. Wir haben damals Megamind gehabt, wir haben jetzt die DC League of Superpads, wir hatten Baymax als ja quasi Superhelden-Film und die ganzen Lego-Verfilmungen, Lego Batman, Lego hier, Lego da und ja, kann man Lego-Ninjago-Movie auch als Superhelden-Film bezeichnen? Vielleicht im weitesten Sinne, aber es ist, ja es geht in Richtung Fantasy und drum. Also, man sieht, die Grenzen sind heute nicht mehr so klar abzustecken, was ein Superhelden-Film oder was das Genre-Superhelden-Film ähm, eigentlich ausmacht. Ich bin jetzt einfach mal so in der Zeit ein bisschen zurückgegangen und hab überlegt, wann kam das Genre-Superhelden-Film oder Comic-Verfilmung eigentlich mal auf und ich hab jetzt eben von Anfang der 2000er gesprochen, Spider-Man und Tobey Maguire muss dann aber auch in die 90er zurückgehen ähm beziehungsweise Mutant X als Serie noch nennen ähm es gab auch in den 90er Jahren äh von Albert Pughn äh Comic-Verfilmungen was Captain America angeht, er wollte sogar ein Spider-Man noch verfilmen ähm wir müssen auch zurückgehen in die 80er Jahre als die ganzen Barbaren und Amazonen-Filme dank Conan und Red Sonja einen kleinen Aufschwung erlebt haben und das sind nicht die klassischen Superhelden wie man sie heute kennt, vielleicht mit Cape oder als Dark Knight oder so sie sind eher in einem mystischen Abenteuer-Genre anzusehen aber streng genommen sind es auch Superhelden Man kann noch weiter zurückgehen in die 70er und 60er Jahre wenn man sich die ganzen Dracula-Verfilmungen oder Zombie-Verfilmungen anschaut das sind jetzt keine Superhelden aber es hat immer sowas mit einem mystischen übermenschlichen Thema zu tun was auch Teil des Superhelden-Films ist und wenn man das jetzt so weit ja fächern mag und noch weiter zurückgehen mag ja dann muss man auch in die 40er, 30er zurück und man weiß gar nicht mehr so sehr wann man da rauskommt also in den 30er Jahren fanden dann die ersten Superman-Comics tatsächlich als neu definiertes Genre der Superhelden Einzug was davor die Groschen-Romane mit Flash Gordon und Buck Rogers waren das waren Science-Fiction Romane die in der Zukunft spielten mit neuer Technologie mit gewissen Fähigkeiten damals sprach man aber nicht von Superheld beziehungsweise nicht im klassischen Sinne wie man ihn heute kennt das waren damals einfach Übermenschen oder Menschen mit Fähigkeiten tatsächlich Außerirdische vielleicht die besondere Fähigkeiten und die Möglichkeit einer neuen Technik haben und man konnte sich als Zuschauer oder Leser damals schon mit denen identifizieren und da stellt sich doch die Frage wie kann man sich wenn man jetzt mal von den 1930er Jahren ausgeht und man kann sich so einen Groschen-Roman leisten man ist jetzt nicht wirklich an die Moderne angeschlossen es gibt noch keine Fernsehgeräte man hat um auf dem neuesten Stand zu bleiben die Tageszeitung vielleicht mal wenn man sie sich leisten konnte gelesen und damals gab es die ersten Comic-Strips abgedruckt was eine Revolution ist und damals für Aufschrei gesorgt hat wie man denn sowas abdrucken kann das würde ja die Jugend vom Sein abhalten vom Lernen abhalten vom Arbeiten abhalten von was auch immer aber es sorgte auch dank der Kreativität dafür dass sich neue Generationen dazu berufen fühlten dieses so abenteuerlustige Genre weiterzuführen man kann auch noch weiter in der Zeit zurückgehen vor der Zeit von Lichtspielhäusern Kino und Botschaften wenn man jetzt 1800 1700 ausgeht dann war es vielleicht kulturelle Riten an sich zu bestimmten Festen die ich will jetzt nicht sagen einen Götterkult verehrt haben man muss jetzt gar nicht so sehr ins Ureinwohnertum umgehen oder so das hatten wir auch hier in Deutschland dass an speziellen Festen zum Beispiel am Erntedankfest einige Riten vollzogen wurden es wurde gesungen es wurden Kränze geschmückt es wurde oder zum Beispiel ein Maibaumfest wurde drum herum getanzt und das hatte alles eine kulturelle Bedeutung und wenn man da wiederum zurückgeht dann hat es tatsächlich einen religiösen göttlichen Ursprung oder einen einen glaubensrichtenden Ursprung und was ich damit sagen will ich behaupte jetzt nicht dass die Superhelden aus der Bibel entstanden sind aber jetzt holen wir uns doch mal die Bibel vor und schauen uns an was Noah geleistet hat Noah wurde ungefähr 1000 Jahre alt seine Söhne wurden ebenfalls 900 800 Jahre alt er konnte aus dem Nix heraus ohne dass er es gelernt hat eine Arsche bauen hat irgendwie die Fähigkeit gehabt die Tiere drauf zu lotsen und hatte Kontakt zu Gott selbst ich will jetzt keine Diskussion vom Zaun brechen ob die Bibel jetzt so geschehen ist oder ob es eine klasse Fiktion ist so oder so Noah könnte man laut den Elementen auch als Superheld bezeichnen also was ich damit sagen will die menschliche Kultur oder das menschliche Sein an sich sehnt sich vielleicht ganz ganz tief drin nach einem etwas ihm übergeordneten um glauben zu können um Hoffnung zu haben um tiefe Gefühle auslösen zu können und ich glaube das ist das Geheimrezept des Superhelden Genres dass es uns auf einer Ebene anspricht die ganz ganz tief verborgen liegt und erscharische Muster hervorkramt wie zum Beispiel Glauben oder Kontrolle abgeben dass man eben das Leben du bist zu einem gewissen Punkt unter Kontrolle hat wenn Gott aber eine Hungersnot über uns hereinfährt dann können wir da nichts gegen ändern natürlich rede ich jetzt wirklich im dramatischen theatralischen Sinne aber genau das macht meiner Meinung nach ein Comic Film beziehungsweise das Superhelden Genre aus um direkt mal eigentlich wollte ich es später erwähnen aber ich gehe jetzt einfach mal auf meine Chantastischen vier ein weil ich denke der Anfang war jetzt ein bisschen hardcore für euch alle ich wollte es eigentlich gar nicht so direkt die Mother of All Bombs droppen lassen aber es ist ein krasses Thema und jetzt sind wir quasi so an dem Kern der Sache angekommen und das ist jetzt nicht ein Stein gemeißelt das muss auch nicht komplett richtig sein oder falsch sein aber für mich ich habe mir jetzt mal ein paar Gedanken gemacht und ich habe mal so vier Punkte rausgeschrieben die für mich ein Superheldenfilm auszeichnet oder die man in einem Superheldenfilm erkennen kann und der erste und meiner Meinung nach wichtigste Punkt ist die Beziehung oder die Referenz zum Mystischen oder dass die Figuren übermenschliche Fähigkeiten haben oder vielleicht sogar den Zugang zu einer Technik die andere nicht haben das kann jetzt ein stinkreicher Bruce Wayne sein oder ein Tony Stark das kann aber auch ein Doctor Strange sein mit mystischen Fähigkeiten das wird ja im MCU zum Beispiel immer thematisiert dass Doctor Strange kein Superheld ist im klassischen Sinne mit übermenschlichen Fähigkeiten wie zum Beispiel ein Superman aus der DC Welt der tatsächlich in Sonnen hereinfliegen kann oder der Laserstrahlen durch seine Augen schießen kann nein Doctor Strange hat mystische Fähigkeiten die er mit Magie gleichsetzt und das Thema Magie kommt gerade in Europa im tiefsten Mittelalter immer mal wieder auf also ich erwähne einfach mal das Stichwort Merlin und auch hier gibt es im Laufe der Zeit Verfilmungen Merlin der Zauberer oder von Disney die Hexe und der Zauberer das sind natürlich alles Märchen mystische Literatur aber heutzutage könnte man das auch irgendwie zum Superhelden Genre dazuzählen natürlich im weitesten Sinne ein zweiter Punkt der Chantastischen Vier so wie ich es genannt habe ist die Identifikation des Zuschauers mit der Hauptfigur oder auch der Nebenfigur wenn es zum Beispiel das Stereotyp der Laterne ist der den Weg zeigt dem Helden oder auch der Anti-Held oder tatsächlich der Schurke dabei vielleicht identifiziert man sich auch eher mit dem Schurken als mit dem Helden das das hat man auch gesehen bei Thor Love and Thunder dass sich und da hat Christian Bale natürlich viel dazu beigetragen mit seinem krassen Schauspiel dass man eher den Auftritt von Christian Bale feiert als vielleicht das flapsige von Thor von Chris Hemsworth aber auch hier wenn man das Ganze mal ein bisschen sacken lässt und analysiert dann kann man schon der Auffassung sein die Figur des Christian Bale die hat ja sehr gelitten und die hat schon ein Motiv die das alles jetzt nicht rechtfertigt was er tut aber zumindest mal erklärt so war es ja bei Thanos auch Thanos hat ja auch eine mehr oder weniger gute Erklärung für das was er tut ob man das jetzt gut heißt oder nicht aber das sind andere Perspektiven und genau diese Perspektiven muss ein Autor schon beim Schreiben entweder des Comics oder des Drehbuchs beachten dass es innerhalb eines Superheldenfilms und das hat sich im Laufe der Jahrzehnte meiner Meinung nach entwickelt mehrere Figuren gibt mit denen man sich identifizieren kann wo es jetzt in den 80er Jahren ein Arnold Schwarzenegger als Conan der Held schlechthin war mit dem man sich identifizieren wollte gibt es heute in DC und Marvel Filmen auch mal den Bösewicht den man verstehen kann in seiner Motivation und sagen kann hey ich bin nicht der Held bin eher so der Underdog der Anti Held oder eben eigentlich mag ich der Superschurke zu sein also als zweiten Punkt meiner fantastischen vier Elemente eines Superheldenfilms ist halt eben mit dem Außenseiter sei es jetzt der Superheld oder eben der Schurke denn auch ein Superman der mega mächtig ist der war ein Außenseiter auf der Erde er kam als Alien als Außenseiter hier hin und musste sich erstmal zurechtfinden und ähm wer macht die Erfahrung nicht in in Kindertagen die ja die Comics ansprechen also Kinder äh mal ein Außenseiter zu sein auch wenn es nur temporär ist wer wird nicht mal zu einer Party eingeladen wer wird von einer Clique aus geschlossen wer wird aus einem Verein fallen gelassen oder in einer Beziehung enttäuscht also man ist irgendwo immer mal so ein bisschen der Außenseiter im Leben und das trifft natürlich den Nagel auf den Kopf bei solchen Filmen ein dritter Punkt den ich eben schon angesprochen habe als Element der Superhelden Filme sehe ich tatsächlich darin dass solche Filme oder auch Serien also ich rede jetzt immer nur von Filmen aber es gibt natürlich auch oder ich beziehe das auch auf die Serien Superhelden Serien dass es eine gewisse Innovation in der Technik gibt sowohl auf der Leinwand hier wäre als Beispiel genannt Tony Stark der mit immer neuer Technik versucht die Avengers zu retten oder gegen Gegner anzutreten aber auch die Produktion eines Films selbst oder einer Serie also die Entwicklung der die technische Entwicklung einer Produktion eines Superhelden Films ist meiner Meinung nach auch Teil dieses Genres da möchte ich mal Industrial Light and Magic in den Raum werfen die in den 70er Jahren begonnen haben hier massiv zur Entwicklung von Kameratechnik CGI Computertechnologie Chiptechnologie 3D Animation und so weiter und so fort wirklich dazu beigetragen haben heute wäre es vergleichbar mit dem Volume also wer das aktuelle Star Wars Universum so ein bisschen verfolgt wie ich der weiß dass sich da Disney schrägstrich George Lucas mit dem sogenannten Volume echt was krasses ausgedacht haben also das ist sie vermischen quasi digitale Welten mit Realaufnahmen und das hat es so vorher nicht gegeben also man kennt natürlich den Blue Screen wo dann digitale Aufnahmen später in der Postproduktion eingefügt werden man kennt man kennt auch von früher 80er 70er 60er und noch früher das Matte Painting wo dann durch eine Glasscheibe auf der ein gewisser Hintergrund gezeichnet wurde durchgefilmt wird sodass die real aufgezeichnete Szene um diese gemalte Welt erweitert wird noch weiter zurück Charlie Chaplin hat es mit tollen Kamerawinkeln Kameraperspektiven gelöst und klasse Bauten und das Volume das Disney hier mit George Lucas Hilfe entwickelt hat ist quasi eine riesige Bühne mit LED Leinwänden links rechts oben unten diese Bühne wird aber auch befüllt mit Requisiten mit gewissen Ausstattungen auf der die Schauspieler dann agieren können und das Krasse ist diese Welt die auf den LED Wänden projiziert wird die ist im Computer komplett entstanden und kann jederzeit angepasst werden also wenn jetzt ein Regisseur sagt oder ein Produzent der Baum da hinten der gefällt mir überhaupt nicht da müssen viel mehr Blüten ran keine Ahnung dann kann der Supervisor dem Designer sagen mach da bitte mal mehr Blüten ran und so hat man eben nicht den Druck dass vor Ort an Relocations irgendwas umgebaut werden muss und man ist komplett frei in der kreativen Gestaltung was Licht Schatten Tageszeiten Wetter und so weiter angeht also wenn es jetzt irgendwie eine Änderung im Skript gibt weil zum Beispiel ein Schauspieler ausfällt warum auch immer und es muss jetzt irgendwie aus Continuity Gründen mit der Szene davor anstatt im Schnee in der Wüste spielen mal ganz krass ausgedrückt ja dann kann man denselben Ort eben in eine Wüste verwandeln wo vorher noch Schnee lag das könnte man jetzt zum Beispiel in Saudi-Arabien nicht machen dann müsste man wirklich vielleicht ein paar Jahre warten oder umgekehrt also was ich damit sagen will der Fortschritt der Technik vor und hinter der Kamera beziehungsweise auf der Leinwand und dahinter ist meiner Meinung nach ein Teil des modernen Superheldenfilms das Ganze aus was ich eben erwähnt habe wenn es zum Beispiel ein Charakter ausfällt oder was auch immer also das wäre der Punkt 3 und Punkt 4 meiner fantastischen vier Elemente des modernen Superheldenfilms wäre quasi der Superschurke also man braucht natürlich um ein Superheld sein zu können einen Superschurken und der hat sich meiner Meinung nach in den letzten Jahrzehnten auch gewandelt wo es dann früher wirklich den Superschurken gab gegen den der Böse antreten musste und im optimalen Fall besiegt hat gibt es heute dank modernes Storytelling auch immer mehr innere Superschurken sodass auch der Superheld an sich mit sich in Konflikt geht mit seiner Vergangenheit mit Erfahrungen da könnte ich jetzt so viele erwähnen mir fällt jetzt einfach mal Dr. Strange nochmal ein der mit sich selbst hadert am Anfang bevor er zum Superhelden zum mystischen Magier wird dass er seinen Beruf nicht mehr ausüben kann dass er die Zitteritis hat und akzeptieren muss dass das vielleicht sein Superschurke ist gegen den er antreten muss er muss lernen damit zu leben er muss es unter Kontrolle kriegen und wird dadurch zum Superhelden und so hat jeder Superheld auf seiner ganz persönlichen intimen Reise einen inneren Superschurken mit dem er sich auseinandersetzen muss einen Konflikt ähm den der klassische Superschurke wie der Green Goblin zum Beispiel aus dem Spider-Man Universum einfach nur so eine Art Spiegel ist eine Art Metapher von den inneren Konflikten die der Superheld hat also wie ihr seht ich interpretiere da jede Menge Reihen aus einer Autorensicht aber das sind meiner Meinung nach so die vier Punkte die ein Superhelden Genre heutzutage ausmachen da gibt es natürlich noch viel viel mehr und auch diese vier Punkte die ich genannt habe sind diskussionswürdig aber und jetzt kommt das große aber erstmal noch einen Schluck trinken beziehungsweise das große und das ist ja kein Widerspruch was ich jetzt sage diese Punkte treffen auch auf das Hongkong Kino zu und ja das ist jetzt ein krasser Sprung aber wir haben im Hongkong Kino von den klassischen Kung Fu und Woja Filmen der Shaw Brothers und Golden Harvest wie ich am Anfang erwähnt habe alle vier Elemente drin das heißt wir haben das mystische das übermenschliche jemand findet ein verwunschenes Schwert oder kann wirklich durch Wälder auf Ästen herum wandeln schweben fliegen er kann vielleicht die Macht der Jedi benutzen um es mal mit den Worten auszudrücken um Gegenstände schweben zu lassen man hat vielleicht mystische Magiefähigkeiten schwarze Magie oftmals ist es der Außenseiter der hier die Rolle des Helden übernimmt um seinen Meister zu rächen um vielleicht die Familienehre wieder her zu stellen die Innovation ist auch im Hongkong Kino ganz präsent also wo es am Anfang wirklich statisch in sieben Tage Filmen schwarz weiß gedreht wurde und Peking Opern mäßig eine Akrobatik Szene vollzogen wurde unter chinesischer Peking Musik gab es in den 60er 70er Jahren dann auf einmal Stun Trigger die mit komplizierten mechanischen Vorrichtungen ihre Helden fliegen lassen konnten oder krasse Stunts ausüben konnten und so ging das weiter über die 80er und 90er wo dann auch Kamerafahrten möglich waren die auf Autos montiert wurden was vorher nicht möglich war wir reden hier von Hongkong von einer anderen Produktionsweise als jetzt in Deutschland zum Beispiel da war es früher vielleicht schon möglich aber andere Länder andere Sitten und das Storytelling entwickelte sich auch weiter Superschurken das ist ganz klar was ich damit sagen will ich habe jetzt hier nur zwei Beispiele genannt wir haben die westliche Mythologie der Superhelden und wir haben die östliche Mythologie der Superhelden jetzt aus Hongkong man könnte hier sicher noch die indischen Bollywood Filme mit einwerfen da kenne ich mich persönlich jetzt nicht aus aber ich würde wetten auch da gibt so eine Art Historie was Superhelden angeht man könnte mit Sicherheit auch das australische Kino da mit einfließen lassen also Mad Max ist jetzt nicht der klassische Superheld der hat keine mystischen oder übermenschlichen Fähigkeiten aber es spielt in einer Zeit in einer Epoche die man nicht unbedingt als Fantasy oder Science Fiction betrachten mag aber vielleicht in so einem Comics Szenario und ja der Superheld ist quasi der Archetyp eines oder fast jeden Drehbuchs das darf man nicht vergessen deswegen ist das Genre Superheld meiner Meinung nach so erfolgreich es ist die Quintessenz dessen womit sich jeder Drehbuchautor rumschlagen muss was ist mein Held auf welchen Weg geht er welche Konflikte muss er bestreiten wie bestreitet er sie und was ist das Ziel davon das ist der Weg eines jeden Helden wir alle sind Alltagshelden unseres Lebens und das Genre Superhelden Film ist so plump und so kreativ wie möglich also es ist sehr oberflächlich gestaltet weil es mit den typischen also den Archetypen spielt es kann aber tief richtig tief gehen sodass hier individuelle Triggerpunkte gesetzt werden können da muss da muss ich einfach wieder das MCU mit ins Spiel bringen wir haben jetzt hier vor einer Weile die Serie Miss Marvel sehen können ob die jetzt einem gefällt oder nicht hier geht es aber um genau das um individuellen Alltagsheldentum wir haben hier die Perspektive einer Frau wir haben die Perspektive einer jungen Frau eines Teenies wir haben die Perspektive eines weiblichen muslimischen Teens und das aus einem gespaltenen Land Indien Pakistan und die hat natürlich ganz andere alltägliche Konflikte zu bestreiten als ein Alien namens Clark Kent so will ich ihn mal nennen der auf die Erde kommt und sich mit dem weltlichen System auseinandersetzen muss das Thema Superheld spricht jedes Geschlecht jede Kultur jede Ethnologie jeden Glauben auf der Welt auf seine Art und Weise an da gibt es kein richtig und kein falsch da kann sich jeder was rausnehmen was er will und das macht das Genre Superhelden Film so aktuell so modern und auch so brauchbar für den Alltag und das merkt man auch daran dass gerade in den letzten 15 20 Jahren sagen wir mal das Genre Mix des Superhelden Films immer präsenter wurde also wie gesagt von der Comic Verfilmung hin zu einem Superhelden Drama zu einem Superhelden Kinder Film zu einer Superhelden Serie mit Legomännchen oder mit Haustieren es gibt Superhelden Serien mit richtig viel schwarzem Humor es gibt Superhelden Filme die spielen in der Antike oder im Mittelalter oder in einer Zukunft und das aus verschiedenen Ländern ich erinnere mich ich habe damals bei Amazon The Tick gesehen und es ist eine sehr kuriose Serie ich konnte da gar nicht von ablassen ich fand die am Anfang recht seltsam aber ich habe dann alle Staffeln gesehen und also beide Staffeln gesehen und dachte dann so irgendwas hat die Serie und das ist so eine Überzeichnung an sich es ist quasi eine Art Parodie auf das Genre Comic Verfilmungen mit viel Humor und aber auch so ernst umgesetzt dass es wiederum eine Comic Verfilmung ist es gibt auch die Umbrella Academy ich persönlich habe sie nicht gesehen beziehungsweise noch nicht aber auch das ist eine Superhelden Serie die sehr erfolgreich war oder ist und mit viel schwarzem Humor aufwartet und jeder von denen Figuren hat irgendwie einen Knacks weg und muss halt wirklich mit Elementen mit inneren Dämonen kämpfen wie ich eben erklärt habe was ein Superhelden Film meiner Meinung nach ausmacht dann haben wir im Moment ganz groß The Boys The Boys ist auch eine Serie wo es um Superhelden geht wir haben Sandman Sandman ist jetzt eine Verfilmung von einer Graphic Novel und hier will ich später noch drauf eingehen wenn ich wieder die Brücke zu Jackie Chan schlage ich weiß heute geht es wenig um Jackie mir ist noch ein Film eingefallen von 2012 da war ich in einem sehr kleinen Kino unterm Dach und ich musste quer sitzen weil irgendwie die Leinwand verschoben war es war eine tolle Erfahrung ich habe da Chronicle gesehen ich weiß nicht wer von euch den Film kennt Chronicle von 2012 und das ist meiner Meinung nach ein super Film ich sage gar nicht worum es geht aber es ist eine Mischung aus Blair Witch Project und Superhelden also nicht wirklich mit Horroreinlagen sondern man hat hier wirklich so Footage auf Videokameras das man gefunden hat und man sieht eine Entwicklung von Alltagshelden hin zu Superhelden und wie aus den Superhelden dann noch Superschurken werden und die gegeneinander quasi kämpfen müssen obwohl sie sich eigentlich mögen und meiner Meinung nach ist das ein toller Film Chronicle den kann ich echt empfehlen ja und dann habe ich vor kurzem erst auf Amazon auch wieder den neuen Film mit Sylvester Stallone gesehen Summer Ridden ich hoffe ich habe es richtig ausgesprochen und ich wusste nicht dass der als Basis eine Graphic Novel hat ich kannte das nicht vorher aber ich war fasziniert von dem Film es ist jetzt nicht unbedingt ein Meilenstein oder er findet den Film komplett neu aber das muss ja auch kein Film zumal ja könnte ja jeder machen ne sagen wir mal Ridden ist ein wirklich solider Film mit einem soliden Sylvester Stallone wie man ihn kennt der wird oft als Fantasy bezeichnet als Fantasy Drama als Superhelden Film als Thriller heutzutage sind die Grenzen da fließend und meiner Meinung nach ist das einfach Rocky mit übermenschlichen Fähigkeiten und das hat mich auf eine Idee gebracht deswegen finde ich den Film so clever und die Geschichte man nimmt hier einen Action Held des 80er und 90er Jahre Kinos der mittlerweile auf die 80 zugeht immer noch top fit ist so will ich behaupten aber natürlich in dem Alter nicht mehr das leisten kann wie vor 40 Jahren und man versucht ihn aber weiterhin als Actionheld darzustellen weil es einfach sein Image ist und weil das seine Fans auch wollen und trotzdem fügt man ihm hier ernste Elemente hinzu und wie krass clever ist es denn einen Superhelden in einer Welt zu platzieren der quasi abgelegt hat und mit dem weltlichen Alltag umgehen muss also quasi umgekehrt wie das was ich vorher erzählt habe das ist für mich sehr faszinierend und meiner Meinung nach ist das die Geschichte Rocky erzählt nicht eins zu eins um Gottes Willen mit einem alternden Silvester Stallone bitte nicht falsch verstehen alternd nicht im negativen Sinne sondern halt im realistischen Sinne und habe ich überlegt das ist natürlich ein geiler Move einen Actionheld einen wahren Actionheld eine Leinwand Ikone zu nehmen und die in dem Genre Superhelden Film einzusetzen gibt es da noch andere bei und ja die gibt es und schon seit sehr langer Zeit also ich habe natürlich an Arnold Schwarzenegger gedacht und da kam mir direkt Last Action Hero in den Sinn und Last Action Hero ist für mich Anfang der 90er Jahre als es das Superhelden Genre wirklich schwer hatte aber in diesem Film in dieser Fantasiewelt will ich mal behaupten geht es um Superhelden und wie ich eben gesagt habe Jackie Chan ist sein eigener Superheld weil er so unmenschliche Dinge macht ist auch Arnold Schwarzenegger sein eigener Superheld oder Actionheld heutzutage die Grenzen sind fließend und dann ist mir noch ein drittes Beispiel eingefallen das ich sehr mag das auch tatsächlich ein Underdog ist in der Filmografie von Scott Atkins relativ neuer Film ist Max Cloud und mir hat er persönlich mega gefallen mir gefällt die Produktion an sich die Farben und diese wirre Story und für mich ist Max Cloud einfach der moderne Last Action Hero ich persönlich würde mir freuen wenn da noch ein Teil kommen wird am liebsten noch eine Serie weil das ist einfach so mein Genre Mix da kann ich wirklich abschalten da kann ich mich reinfallen lassen und ich mag es auch Scott Atkins mal in so einer Rolle zu sehen und da bin ich noch ein bisschen weiter zurück gegangen und ich muss sagen im Moment also vor ein paar Tagen habe ich ein neues Projekt abgeschlossen einen Text und da habe ich den John Carpenter Film von 1986 nicht zitiert aber erwähnt Big Trouble in Little China und das ist für mich den habe ich als Kind schon gern gesehen den Film weil der einfach so skurril ist ich bin auch heute damals wusste ich nicht wer ist mir hat einfach nur der Film gefallen weil der so mystisch ist weil der so übermenschlich ist und ich damals nicht gewusst habe ist das jetzt ein Horrorfilm oder ist es eine Kung-Fu Komödie oder ist es ein Ami Thriller oder was ist das eigentlich es war und heute weiß ich eine Hommage ans Hongkong Kino mit westlichen Einflüssen und typisch John Carpenter halt man kann das einfach nicht in ein Genre packen das ist einfach John Carpenter und Big Trouble in Little China ist für mich so zurückblickend nach fast 40 Jahren die Schnittstelle zwischen Ost und West wenn man das Thema Superhelden Film diskutieren will hier kommt wirklich Ost und West zusammen sowohl im Production Value in der Umsetzung als auch im Storytelling und in Figuren meiner Meinung nach der Schlüssel Moment schlechthin nicht dass ich jetzt seit 1986 da was entwickelt hätte aber der Film stellt für mich so einen Knotenpunkt dar und über Big Trouble in Little China komme ich jetzt wirklich zu Jackie Chan was hat das jetzt alles mit Jackie Chan zu tun okay ich habe jetzt die Folge irgendwie so genannt dass man die fantastischen vier Elemente eines Superheldenfilms analysieren kann habe ich es jetzt mal genannt aber was hat das mit Jackie Chan zu tun ich habe am Anfang erwähnt dass Jackie nicht in einem Superheldenfilm auftreten muss und das Thema stand in den letzten Jahren dank Shang-Chi immer mal im Raum sondern er ist ein eigener Superheld er hat in seiner Filmkarriere unglaubliches vollbracht unglaubliche Stunts unglaubliche Filmaufnahmen er muss sich und der Welt eigentlich nicht mehr beweisen dass er ein Superheld ist in einer kuriosen absurden Art und Weise ist diese Marke dieses Image Jackie Chan sein eigener Kosmos sein eigenes Universum in dem er der Superheld ist er spielt sich selber in seinem eigenen Universum als Superheld er ist natürlich ein Mensch das sagt er auch immer selber er hat Angst vor jedem Stunt und er weiß auch nie wie er den Film zu Ende bringen soll er steht vor unglaublichen Herausforderungen aber er nimmt die Herausforderung an und wächst daran und das macht einen Superhelden aus ein Superheld liet nicht oder drückt sich vor Aufgaben sondern er geht rein mit den ganzen Gefühlen wie Angst wie Überforderungen wie Verzweiflung Panik aber er übersteht die ganzen und daran wächst ein Superheld für neue Aufgaben und Jackie hat das in seiner Karriere perfektioniert natürlich mit Hilfe von anderen aber das ist auch mitunter ein Grund warum ich persönlich immer von dem Jackie Chan Extended Universe spreche ich habe den Begriff vor einem Jahr zwei oder zweieinhalb Jahren mal geprägt und bewusst geprägt weil ich wusste dass die Welt von Jackie Chan so groß ist was seine Filme Musik Charity Projekte Bücher und so weiter angeht dass man da über viele viele Dinge berichten kann mir war aber auch klar dass Jackie Chan eine Figur ist die von Jackie Chan selbst gespielt wird in der Öffentlichkeit und das gibt mir seit ich Samaritan gesehen habe wirklich zu denken und deswegen wollte ich diese Folge heute machen und habe mir überlegt hat Jackie Chan in der Vergangenheit selbst mal einen Superhelden gespielt also wirklich einen klassischen Superhelden wie man ihn im Westen kennt jetzt nicht unbedingt im Osten weil da hat er mit Sicherheit den einen oder anderen Auftritt gehabt ich erwähne jetzt einfach mal seinen Auftritt in The Killer Meteors von 77 76 mit Jimmy Wang Yu da spielt er quasi den Schurken der aber auch fliegen kann oder ein bisschen Akrobatik machen kann er hat ein paar übermenschliche Kräfte aber so den klassischen westlichen Superhelden hatte er den mal gespielt und ich würde behaupten nein ich würde behaupten nein ihr könnt das gerne selbst entscheiden auch hier gibt es wieder kein richtig oder falsch aber ich habe jetzt einfach mal so ein paar Filme rausgesucht aus seiner Filmografie das ist jetzt keine Liste die vollständig ist oder richtig oder falsch aber ich wollte jetzt einfach mal so ein paar Filme erwähnen und der letzte also der einer der aktuellsten Filme den man als Superhelden Film bezeichnen könnte allerdings nicht im westlichen Terminus wäre The Night of Shadows The Night of Shadows ist ein seltsamer Mix aus 3D Animation und Realverfilmungen einer mystischen Geschichte in der Jackie quasi einen Magier oder Dämonenjäger spielt also es ist eher im Mystik Bereich angelegt nochmal auf Doctor Strange zurückzukommen auch er ist ein Magier und im weitesten Sinne könnte man hier mit Superhelden aufwarten aber wir reden hier von einer traditionellen chinesischen Folklore und da ist es eher so dass das dem ganzen literarisch und müßlich eher im Abenteuer Film anzusiedeln ist da fehlt so ein bisschen der Science Fiction Aspekt aber den hat man zum Beispiel im Film Bleeding Steel von 2017 auch der ist relativ neu Bleeding Steel ist ein sehr seltsamer Film den man sich vielleicht zwei oder dreimal angucken muss ich muss gestehen ich habe ihn jetzt schon drei vier Jahre lang nicht mehr gesehen das sollte ich mal wiederholen aber hier ist Jackie eigentlich in seiner Rolle eines Agenten Police Officers Spezialeinheit was auch immer auf jeden Fall wird er eingesetzt von einer höheren Macht einer Institution die sich jetzt hier in diesem Film tatsächlich eines Übermenschen annehmen muss eines einem Wissenschaftler der ein bisschen exzentrisch ist man könnte hier und da auch meine sein Monster oder die Vorstufe von Darth Vader wenn er aus der Lava gezogen wurde naja jedenfalls gibt es in Bleeding Stil Mix Elemente aus Martial Arts und Science Fiction wo man hier und da mal erkennen kann dass da ähnelt einem Superhelden Film dann wiederum ist es aber auch ein Fantasy Streifen oder ein klassischer Jackie Chan Martial Arts Film und dann will er aber auch ein Polizisten Film sein man erkennt hier wirklich den Genre Mix schlechthin dann habe ich überlegt wenn dieser Fantasy Punkt aus The Night of Shadows zu viel ist und in Bleeding Stil zu wenig gibt es vielleicht so einen Mix und den habe ich gefunden und das war bei Forbidden Kingdom von 2008 in dem auch Jet Li mitgespielt hat das wiederum würde ich aber nicht als Superhelden Film ansehen denn das ist auch wiederum eine klassische chinesische Folklore und wie ich am Anfang erwähnt habe oder erklärt habe der klassische westliche Superhelden Film ähnelt vom Aufbau her der östlichen oder chinesischen Folklore sehr man hat dieselben Archetypen drin die auf eine Reise gehen also auf die eine oder andere Art und Weise ist Forbidden Kingdom auch ein Superhelden Film jetzt wird es aber interessant und wenn wir noch ein bisschen weiter zurück gehen dann könnte man tatsächlich von einem Superhelden ausgehen einer meiner Lieblingsfilme wer mich kennt weiß wie ich das meine ist das Medaillon von 2003 damals noch als The Highbeinders in Produktion gegangen geht es auch wiederum um einen Detektiv aus Hongkong der einen mysteriösen Todesfall untersuchen will und dabei selbst ums Leben kommt aber wiedergeboren wird dank eines verwunschenen Medaillons auch hier wird wieder Realität mit Magie vermischt östlicher und westlicher Philosophie hier fehlt aber meiner Meinung nach so ein bisschen der Science Fiction Aspekt dieser Innovations Aspekt was wird jetzt hier neu gemacht an Technik wie wird das reingebracht und die Figuren Entwicklung es ist interessant zu sehen dass es und ich glaube das ist das erste Mal in Jackys Filmografie dass Jackie stirbt und als er selbst wiedergeboren wird dank eines Medaillons und das hat natürlich schon massive mystische Elemente mit drin den Film in den 80er Jahren den könnte man auf jeden Fall dazu zählen ich gehe es noch ein Jahr zurück muss vorher noch was trinken meine Stimme verlässt mich langsam Jahr zuvor hat er mit Steven Spielberg zusammengearbeitet in dem Film The Tuxedo ich erinnere mich noch wie ich damals im Kino war und hab den Film wirklich gut gefunden und hier ist natürlich der Science Fiction Aspekt ganz vorne mit dabei mit einem James Bond artigen fast Tony Stark ähnlichem Anzug der sich an Jackie Jans Körper anpasst und gewisse Fähigkeiten beherbergt GPS Tracker Waffen und so weiter also hier ist der Science Fiction Aspekt auf jeden Fall gegeben die Story Entwicklung ist klassisch nix wirklich besonderes aber hier fehlt tatsächlich so der der Superhelden Charakter wer ist der Bösewicht natürlich haben wir auch hier wieder einen Wissenschaftler einen Philandrop einen Reichen man hat Jackie als Underdog was ja seine Filmkarriere ausmacht Jackie ist der Underdog in seiner Filmkarriere schlechthin und will nicht kämpfen will nicht der Superheld sein aber ist es dann doch mithilfe von seinen Freunden gewissen Requisiten oder auch einem Anzug also auch hier sind gewisse Elemente eines Superhelden Films zu erkennen den klassischsten Move eines Superhelden hat Jackie Chan aber viele Jahre zuvor im Film Mission Adler der starke Arm der Götter Operation Condor 1991 in der Szene in der Szene im Tunnel als er einen auf Superman macht das ist meiner Meinung nach die erste und einzige Szene die man Jackie Chan mit einem Superhelden verbinden lassen kann naja da gibt es noch Anfang der 70er Jahre einen Film namens Drei Spaghetti in Shanghai Wahnsinn also sowas Rassistisches könnte man heutzutage auch nicht mehr machen man stelle sich mal vor Marvel würde auf Disney einen Film rausbringen mit dem Namen Drei Spaghetti in Shanghai Naja der Film heißt im Original Englischen Titel Superman Against the Orient also die Supermänner gegen den Orient und das zeigt auch auf dem Plakat einige in Comic Figur ähnlichen Anzügen gekleideten westlichen Helden aus Italien die gegen ein paar Schurken aus dem Orient kämpfen aus Fernost Jackie war bei diesem Film der Stunt Choreograf beziehungsweise Fight Choreograf und hat so jetzt nicht wirklich was mit dem Film zu tun er hat noch ein paar Auftritte als Double oder als Stuntman aber nicht wirklich erkennbar aber das wären jetzt so die paar genannten Filme die Jackie mit dem Genre Superhelden Film verknüpfen also wie man sieht bis heute gibt es keine wirkliche Serie oder einen Film in dem Jackie einen Superhelden mimt gerade im Vergleich zu Slice Samaritan und da habe ich mir gedacht wenn ich jetzt Samaritan mit Rocky vergleiche dann nehmen wir jetzt doch einfach mal Jackies Meisterwerk und das ist meiner Meinung nach Police Story wie könnte man jetzt hier aus Police Story und einem alternden Jackie Chan einen Superhelden Film machen im Genre Mix Superheld Thriller Drama also das das bietet ja eine Möglichkeit von von enorm viel Kreativität was das Schreiben angeht man könnte hier tatsächlich einen alten Polizeikommissar zeigen der sich aus dem offiziellen Dienst zurückzieht der jetzt vielleicht Rentner ist oder als Berater noch nebenher tätig ist weil er eben durch diese wenige Rente die die Polizeibeamten bekommen Probleme hat seinen Alltag noch zumeist dann vielleicht ist er angeschossen worden und braucht ein bisschen Pflege kann sich das alles nicht leisten deswegen hat er nebenher noch einen Berater Job bei seinem alten Precinct bei seiner alten Stelle und hat aber vielleicht Kontakt mit einer radioaktiven Spinne bekommen oder keine Ahnung was und erkennt er hat Kräfte die er zuvor nicht hatte als allererstes erkennt er das daran dass er wieder besser gehen kann ja das fällt natürlich der pflegekasse auf und die macht ihm jetzt einen Strich durch die Rechnung und stellt ihn vor Gericht als Simulant also man kann hier wirklich irdische Probleme die in der Pflege weltweit vorkommen heutzutage mit dem Thema übermenschliche Fähigkeiten miteinander verbandeln wie das in der Art by Summer written getan wird sodass ein neuer Held geboren wird aus dem Jackie aus Chan Kakui aus der Police Story Reihe mit übermenschlichen Fähigkeiten der auf einem anderen Weg ist und der jetzt vielleicht in diesem Film oder in dieser Serie als Beteiligter als jemand der betroffen ist als Betroffener erkennt dass das System des Gesundheitswesens weltweit der Pflege dermaßen löchrig ist und Reformbedarf hat dass er sich dafür einsetzt mit neu gewonnener Energie vielleicht kann er jetzt irgendwie durch Wände gehen oder fliegen oder keine Ahnung was das soll aber Nebensache sein die Kräfte will er gar nicht einsetzen sondern er erkennt aufgrund der heilenden Wirkung gehen wir mal von der Wolverine Fähigkeit aus er kann sich selber heilen dass er hier erkennt dass die Medizin und das Gesundheitswesen einen Fortschritt machen müssen und er setzt sich ab sofort dafür ein er gründet vielleicht einen Verein eine politische Partei oder was auch immer um das Ganze voranzubringen er sucht Philanthropen Investoren er findet vielleicht welche die wiederum Feinde haben auf ihrer Ebene sodass so eine Art Green Goblin Effekt entsteht man macht sich Feinde indem man was Gutes für die Menschheit machen will und der Feind ist eben jemand aus einer Organisation keine Ahnung wie man die nennt die einfach ein bisschen Geld hin und her schiebt um mit dem Leid der Menschen Profit zu schlagen ich will jetzt das böse Wort mit P am Anfang Harmer in der Mitte und Industrie am Schluss gar nicht in den Mund nehmen aber das wären aktuelle Themen wo die einen sagen die einen Zuschauer ja das ist definitiv so ich oder ein bekannter von mir ist betroffen und die anderen sagen wiederum ja das ist doch alles nur Quatsch und Fuppes und ist ja real nicht so aber dann wird eine Diskussion ausgelöst wie so einen Film ja ins Gedächtnis ruft der Menschen eine gute Story braucht einen Konflikt und nicht jeder geht damit einher und sagt der Konflikt reicht mir aus deswegen identifiziere ich mich nicht mit den Figuren und so ist es auch bei der Vermarktung eines Films bei dem Image eines Films wenn die Erklärung warum wurde jetzt der Film gerade zu dieser Zeit mit diesen Themen so gemacht wenn es ein gesellschaftskritischer Film ist ich rede jetzt nicht hier von hey man wo ist mein Auto dann gibt es Argumente die man vorbringen kann und die einen sagen ja die Argumente verstehe ich finde ich sinnvoll und die anderen sagen nee die Argumente finde ich nicht sinnvoll die sind übertrieben und dann gibt es einen Diskurs einen öffentlichen Diskurs was wiederum dem Film eine Bühne bietet und für Aufmerksamkeit sorgt und das ist natürlich gewollt seitens der Produktionsfirma dass ein Film gesehen wird oder darüber gesprochen wird um die Einnahmen die man investiert hat wieder reinzuholen und im mache mir sehr viele Gedanken drüber ich hätte auch hunderte Ideen wie man jetzt so ein Drehbuch schreiben könnte für Jackie ich sehe das nicht als meine Aufgabe an aber wenn man sich jetzt die letzten Filme mit Jackie betrachtet dann wäre jetzt mal zu überlegen ob der Zeitpunkt gekommen ist an dem Jackie in diese Richtung geht ihr könnt euch jetzt ja mal kurz selber Gedanken machen wie ihr das fändet wenn Jackie jetzt ankündigen würdet hey es war ja ein Film für 2022 geplant mit Stanley Tong wieder als Regisseur ein neuer Police Story Arbeitstitel Police Story 2022 klingt wie so ein 70er Jahre B-Movie soll natürlich aber der Police Story Reihe ähm huldig werden und Ehre erweisen ich will jetzt nicht sagen er soll in diesem Film ein Genre Mix mit Superhelden eingehen das würde zu weit von der Police Story die Reihe wegführen aber man kann ja ein separaten ein separates Franchise aufbauen oder einen Einzelfilm machen in dem er sowas äh angeht meiner Meinung nach ist er wirklich in dem perfekten Alter um das jetzt mal anzugehen er ist jetzt Ende 60 Sylvester Stallone ist Ende 70 Jackie hat noch ein paar sehr gute Jahre im Filmgeschäft vor sich allerdings meiner Meinung nach nicht mehr im Action bereit ich sag jetzt nicht er hätte vor Jahren dann hätten wir solche Filme wie Bleeding Stil und so weiter nicht die wirklich super Szenen haben also man muss sich mal überlegen was der in seinem Alter mit seinen gebrochenen Knochen immer noch reißen kann in Bleeding Stil ob der Film jetzt einem gefällt oder nicht es gibt Szenen drin die sind es würdig gesehen zu werden und jetzt so ein Film wie The Night of Shadows ist natürlich nicht für das Publikum der Action Film Liebhaber also an die gerichtet sondern eher an ein junges Publikum und auch da hat es definitiv eine Berechtigung dass Jackie so einen Film macht es geht aber viel zu weit von seinem Image weg und man sieht anhand der weltweiten Reaktionen dass solche Filme eher nicht gut ankommen man versucht dann wieder mit Vanguard das Ganze ein bisschen zu drehen um eine andere Zielgruppe anzusprechen aber auch hier sagen jetzt schon weltweit viele Leute es ist zwar gut gemeint und auch so dieses herumreisen an verschiedene Drehorte weckt Erinnerungen an Operation Condor Armor of God und die ganzen Klassiker die Jackie ausgemacht haben selbst bis hin zu Chinese Zodiac von 2012 der an so vielen Drehorten war und ja die waren gut aber Vanguard lässt so ein bisschen Herz und Seele vermissen und auch wenn die Akteure super Arbeit machen und man auch sieht das ist auf einem bestimmten Niveau produziert worden gibt es ob berechtigt oder nicht Kritik an einzelnen Punkten die in der Masse einfach den ganzen Film ich drück's jetzt mal esoterisch aus niedrig schwingen lassen und diese niedrige Frequenz hat man jetzt mit einem Film hat man mit zwei Filmen mit drei Filmen mit vier Filmen und dann hat man so eine Art Effekt vielleicht den Bruce Willis Effekt vielleicht den Jean-Claude Van Damme Effekt vielleicht irgendwann den Jackie Cherne Effekt ich hoffe es ja nicht aber sich daraus wieder zu befreien ist schwer und deswegen wollte ich einfach mal in den Raum werfen ist es jetzt an der Zeit dass sich Jackie Gedanken macht in das Genre Superheld einzusteigen in den Mix mit Drama mit Thriller vielleicht mit Horror sogar ich persönlich wäre ein Freund davon Jackie mal in so einem Kammerspiel zu sehen zu erleben indem er seine Gefühle offenbart Angst und Panik die kann er meiner Meinung nach super spielen er kann ja auch aus der Haut fahren und ein bisschen rum boxen und treten und so muss ja nicht choreografiert sein indem er in einem in einem Kammerspiel irgendwo eingesperrt ist und versuchen muss rauszukommen hier gar nicht von was blutigem es kann ja auch psycho sein oder so aber das wären wirklich mal so Genres die es eventuell gilt anzugehen und trotzdem wäre Jackie immer noch der Held seines Universum mit dieser Frage will ich euch jetzt gar nicht verabschieden sondern ich will noch ein bisschen vorweg greifen und mir persönlich die Frage selbst beantworten ist es jetzt an der Zeit das anzugehen wenn man das aus der Sicht von Jackies Alter betrachtet würde ich sagen ja er ist in dem perfekten Alter das jetzt mal zu überlegen zu überdenken vielleicht Drehbücher schreiben zu lassen die in einen Bereich vordringen mit dem man ihm nie hätte verbinden können auf der anderen Seite sehe ich das jetzt von außen und muss sagen vielleicht ist es jetzt sogar schon zu spät im Jahr 2022 23 das Thema anzugehen weil es einfach ein Trend Genre ist und ich bin mir nicht sicher ob der Trend jetzt schon rückläufig ist aber wir haben dieses Superhelden Genre jetzt schon seit 20 Jahren und es wird sich nicht als klassisches Genre etablieren wie ein Drama wie ein Thriller wie eine Komödie wie ein Liebesfilm ein Superhelden Film löst nicht eines dieser klassischen Gefühle aus warum es diese Genres überhaupt mit diesem Namen gibt ein Superhelden Film ist ein Genre Mix und ein Mix an Gefühlen deswegen ist das immer nur so eine Art Trend meiner Meinung der kommt und geht und er hat auch teilweise seine Berechtigung in der heutigen Zeit vielleicht mehr denn je wir suchen nach was Höherem nach was Gläubigem viele Leute wenden sich der Religion ab und suchen vielleicht auf perfide Art und Weise Glauben in Superhelden Filmen oder in Comics ich sage jetzt nicht dass das Atheisten sind oder Agnostiker um Gottes Willen will da gar keine Wertung reinlegen aber die Verschiebung der eigenen Werte erkennt man vielleicht daran worauf sich die Öffentlichkeit fokussiert und das sind im Moment und seit langer Zeit Superhelden Filme Superheldenserie vielleicht ist es Rückläufe vielleicht ist es jetzt schon zu spät für Jackie in diesem Bereich einzusteigen dann hätte man wieder einen Effekt auf der Welle mit Reiten die aber schon am Abeppen ist und wenn er dann auf offener See herumtreibt dann wäre ihm auch nicht damit geholfen also man kann natürlich nicht in die Zukunft blicken und erkennen können wie das jetzt alles weiter geht wohin sich die Reise entwickelt man kann jetzt nur mutmaßen und da will ich mich jetzt gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen aber wir leben weltweit in Krisenzeiten die den Menschen einfach nach Halt suchen lässt man hat zum Beispiel nach dem zweiten Weltkrieg in einem gebeutelten Deutschland keinen Bock mehr auf Kriegsthemen da kamen die Heimatfilme auf alles Friede Freude Eierkuchen heile Welt Heinz Erhard hat gesungen und es gibt noch ein Korn und alles war gut und vielleicht kann man da so eine Parallele zielen wenn jetzt weltweit diese Krise ich sag diese Krise das wäre es jetzt eine Krise wir sind weltweit in einem Umbruch ich meine das ist mittlerweile jedem sollte das bekannt sein ansonsten hat man wirklich jahrelang geschlafen vielleicht sehnen sich die Menschen immer mehr nach etwas was sie individuell anspricht was sie im Inneren anspricht was vielleicht auch philosophische Themen angeht wie man das in Filmen verbandeln kann tja da sollen sich die Profis mal Gedanken machen am Schluss möchte ich noch kurz in den Raum werfen ja Jackie stand tatsächlich mal zur Auswahl in einem Superhelden Film der westlichen Art nämlich Shang-Chi allerdings reden wir hier nicht von dem Shang-Chi der vor ein paar Jahren rausgekommen ist sondern das Projekt Shang-Chi liegt schon seit über 20 Jahren in den Filmproduktionsstudios vor und wurde verkauft und verkauft und verkauft man fand es damals nicht den richtigen Zeitpunkt und das hatte auch was mit der Außenwahrnehmung zu tun das ist so krass wir reden hier von 2004 2005 und man sagte und wenn ich sage man dann meine ich die Produzenten aus Hollywood die fanden dass die Weltöffentlichkeit nicht bereit sei für einen südostasiatisch aussehenden Superhelden in einem Marvel Film das muss man sich mal vorstellen das ist ja so als wäre 1973 oder 1968 und ein Bruce Lee bekommt in Hollywood keine Chance für eine Hauptrolle weil man noch nicht bereit ist einen südostasiatisch aussehenden Mann als Leinwandhelden zu feiern hat sich in 50 Jahren nichts geändert in Hollywood das kann man ja kaum glauben in den letzten zwei Jahrzehnten hat sich das ein bisschen freier gestaltet und wir haben heute in allen Formen und Farben und Geschlechtern Superhelden oder Leinwandhelden allgemein und das hat auch seine Berechtigung aber als Jackie nach Rush Hour Rush Hour 2 Shanghai Noon und Shanghai Nights wirklich seinen Hollywood Status und weltweiten Status als Megastar gefeiert hat wurden ihm natürlich ultra viele Angebote zugeschustert unter anderem für Shang-Chi er sollte Shang-Chi spielen oder zumindest eine Figur in dem Film Shang-Chi vielleicht und der ist mir jetzt entfallen der Name des Gegenparts des damaligen Comics ne da komme ich jetzt nicht mehr drauf das müsste ich nachschlagen führt jetzt aber zu weit er hat aber damals abgelehnt weil es einfach zu weit von seinen damaligen Vorhaben äh Vorhaben äh Abstand nahm 50 Jahre nach Bruce Lee hieß es immer noch wir sind nicht bereit für einen südostasiatischen Superheld das wurde mit Shang-Chi 2000 und wann kam der raus 20 21 bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher ähm wurde das geklärt und ich fand Shang-Chi den Film mega ich fand den super lustig und ich und ich muss gestehen ich bin kein so ein Freund von Aquafina das hat jetzt nicht unbedingt einen Grund man kann mit dem einen mit dem anderen nicht so aber in dem Film hat sie mir super gefallen da war sie mega platziert hat ihren Part super gespielt eigentlich sich selbst und ich würde mich freuen wenn es mehr südostasiatisch aussehende ich meine das natürlich ironisch wenn ich das so sage das ist ja äh stand 73 genauso wie 2005 und heute rassistisch wenn man das wenn man das so sagt und das hat auch keine Berechtigung was heißt die Öffentlichkeit ist nicht bereit dafür also äh äh wie viele Asiaten würden dem zustimmen dass sie bereit sind für so einen Superhelden also ich wurde noch nie befragt ob ich bereit wäre für für eine muslimische Superheldin im MCU ich hätte dann gesagt du mir ist die Religion ehrlich gesagt äh Wumpe Hauptsache die Umsetzung ist gut und wenn ich dann sogar noch was was lernen kann und das ist jetzt nur mein mein individueller Ansatz und das habe ich zum Beispiel bei Miss Marvel äh da nehme ich da doch noch was von mit getreu dem Motto von Bruce Lee nimm das auf was dir gut tut und lehn das ab was dir schadet sei Wasser mein Freund und mit diesen Worten verabschiede ich mich heute ich hab noch gar nicht auf die Uhr geschaut wie lange ich jetzt schon am reden bin ich traue mich gar nicht die Folge zu beenden aber ich werde die definitiv hochladen das dürftet ihr mitbekommen haben wenn ihr bis jetzt dran geblieben seid ich bedanke mich für eure Geduld Geduld ich fange jetzt schon an zu lallen hier muss jetzt mal eine Pause machen ich bedanke mich für eure Geduld für euer Einschalten für eure Treue und ich hoffe ihr hattet Spaß bei dieser Folge und ich bin sehr gespannt und würde euch bitten euch mal ein paar Minuten Zeit zu nehmen vielleicht in die Kommentare was rein zu hämmern dass wir da ein bisschen diskutieren können denn ich glaube dieses Thema wird uns in Zukunft noch ein bisschen begleiten und ich werde vielleicht noch eine zweite oder dritte Folge dazu machen irgendwann einmal es ist nichts geplant das war die Folge 29 im Meister aller Podcasts vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal euer Thorsten Ciao und bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020